so hallo liebe leute der gepflegten minecraft unterhaltung wir sind hier immer noch an diesem ding wo wir das letzte mal standen interessanterweise hat sich hier irgendwie was bewegt ich habe keine ahnung was das hier ist gerade muss ich sagen also das sieht ein bisschen strange aus da ist auch keine ströme oder sowas drin ich weiß nicht was das ist das kam gerade eben also noch bevor ich die aufnahme angefangen hat plötzlich war es da ich weiß es nicht ne bello du weißt es auch nicht keine angst von gar nichts keine ahnung von gar nichts wir schwimmen jetzt auf jeden fall erst mal darüber und weg ist er doch nicht naja ja nee wir schwimmen erst mal jetzt in diese richtung das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen ich habe keine ahnung wann wir da drüben auf was anderes stoßen aber wir nehmen mal sicherheitshalber das vergammelte stück fleisch in die hand nehmen wir doch nicht immer noch was anderes ach egal minecraft echt hier mit der hacke optifine immer noch nicht geupdatet und matmos gibt es auch noch nicht mit dem mit der neuesten version von optifine habe ich nämlich ein problem und zwar geht die sonne gleich runter und außerdem ich kann damit durch wände gucken das sieht nicht so schön aus muss ich sagen deswegen habe ich damals auch das wo ist mein hund hin das adventure nicht mit optifine aufgenommen weil ich halt überall durchkommen konnte so ähnlich wie das jetzt gerade nur eigentlich nicht ganz so schlimm ich weiß nicht was da jetzt los ist sieht aber auch sehr interessant aus irgendwie hatte hier tierische probleme was zu laden habe ich das gefühl naja ich schwimme einfach mal in dieses chunkloch hier würde ich sagen da wird sich ja hoffentlich gleich was vor uns bilden genau sieht aber schon interessant aus vorne scheint es wieder hoch zu gehen wenn die diamanten sagt er sieht sagt bescheid aha was ist da eine schlucht okay interessant wie ist das interessant ja ziel ist es eigentlich erst mal aufpassen wo ich hier lang schwimme sonst finde ich mich nachher nie wieder hier nach hause sozusagen wenn wir dann irgendwann noch mal nach hause wollen plätsche 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 ich hätte mir mal irgendwie ein boot machen sollen glaube ich ja das wäre vielleicht ein bisschen intelligenter gewesen naja was soll's oh was ist da los seht ihr was ich sehe land in sicht land in sicht ist natürlich wieder super super gut hier dass jetzt gerade nacht ist kakaobohnen blub blub und mein hund ist weg entweder ertrunken oder kommt gleich von irgendwo ich weiß es nicht was soll das denn jetzt von unten nass von oben nass von innen nass von außen nass und wer ist das da ein scharf lalalalalala man hört gar nichts mehr von der musik jetzt weil das so laut ist wie vom regen ich werde den regen gleich mal abschieben weil das möchte ich so jetzt gerade mal gar nicht haben ich glaube ich bin auch immer noch auf peaceful genau müssen wir hier heute aufhören aufhören hallo aufhören hä kann ich das nicht abschalten was soll das denn jetzt aus aus ich klicke wie ein bescheuerter ha ha dankeschön dankeschön so wo sind wir jetzt hier gelandet einmal gucken einmal ist kein mal cool wäre natürlich auch wenn wir irgendwie so eine map hätten mit äh large biomes oder sowas aber die haben wir nicht creeper was war das ich glaube wir sind aber noch nicht am ende der reise angelangt hier werden noch mal oh gott oh gott kampf gegen den creeper oder was soll ich tun ich wage es komm her mein freund komm her komm her komm her ha du kannst mir nichts spuck dir jetzt gesicht und kratzen die augen aus ah kakaobohnen k.o.k.o. gucken wo wir jetzt hier ankommen kühe und le zombis und le äh noch ein und davon auch noch jede menge mehr oh gott oh gott oh gott oh gott aua oh gott oh gott erleben oh gott 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 enderman und da ist irgendwie lava glaube ich wir können schon nicht mehr laufen that's not good wir haben noch ein bisschen beef dabei aber das möchte ich jetzt roh ungerne verknusen ich guck grad mal was hier noch abgeht aha ich lag also richtig äh ich lag also richtig so und was machen wir jetzt blub 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 es ist nicht gerade sicher für uns hier glaube ich wir werden mal sehen dass wir hier uns mit der spinne kurz anlegen äh kräch au au bist weh was bam 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 pass mal auf da vorne ist doch hier da ist doch was anderes so anderer wald mäßig ich glaube da gehen wir mal rüber da vorne die creeper im gras die fallen kaum auf die jungs ne wo spawnt ihr alle her hilfe hilfe ich kann nicht mal laufen ey wie unfair weg lasst mich ich habe euch noch nichts getan so was ist mal hier da vorne mal gucken pass mal auf ich werde jetzt erstmal hier ein Stück groß geckelfleisch schmampfen auf der auf die Gefahr hin dass wir uns vergiften haben wir sogar gemacht sehe ich gerade äh blubber blasen meine blubbel aber irgendein problem mit diesen blubber blasen haben wir immer noch nicht ne also dass man dann irgendwie keine ahnung leben verliert oder sowas ein komisches feature ne da möchte ich jetzt gerade mal nicht runterspringen bam 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 äh könnte aber so langsam mal wieder tag werden hier oh Gott oh Gott wo bist du schau wie sei wo bist du unter mir äh oh Gott ich glaube hier sind wir nicht so sicher hallo hallo noob du noob du noob stirb doch komm her hau dich spring doch muss ich nur aufpassen dass ich jetzt hier nicht runterfalle sonst hab ich ein problem alter was ist denn hier los Ringelpiz wird anfassen komm ich doch rüber oh was haben wir denn da was zum Teufel haben wir denn dort vorne Spinne äh 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 au schmeiß mich da nicht runter diep 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 gehen wir mal der Sonne entgegen wir gehen der Sonne mal entgegen einfach so einfach 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 so werden wir noch verfolgt nein sehr gut das wird ja immer interessanter hier wo kommen wir denn jetzt noch hin sag mal jawohl mal ein kleines bisschen Sightseeing hier da vorne brennt auch schon wieder was ich komme um sie zu löschen oder um noch Benzin drüber nachzukippen ich müsste unbedingt mal was essen hier so wird da nix mit uns glaube ich ich weiß gar nicht haben wir noch Kohle mit müsste ich gleich mal nachgucken dann können wir uns mal ein kleines Öfchen bauen ein Öfchen mit Stülfchen und dann können wir da mal ein bisschen Mr. Baker machen Mr. Baker ist übrigens ein ein Wecker den gibt es hier lokal von da wo ich wohne und da sind wir damals immer hingegangen als wir Pause hatten in der Schulzeit also während der Ausbildung für die Leute die es immer noch nicht wissen ich habe eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung oh Gott wir verhungern das glaube ich aber nicht das glaube ich aber nicht das glaube ich aber nicht mein lieber Scholli pass mal auf wir machen jetzt hier erstmal das einzig Richtige verstehe ich auch gar nicht warum wir das nicht schon längst mal gemacht haben warum sagt ihr denn auch nix mal hier alle wieder nur an ihr eigenes Wohl bedacht ihr sitzt bestimmt zu Hause gerade äh was mache ich hier wir brauchen davon noch ein bisschen mehr dann ähm ihr sitzt bestimmt gerade zu Hause irgendwie hier keine Ahnung mit ähm entweder die den Kopf auf die linke Hand gestützt am Rechner brauchen wir noch mehr einen noch und guckt mir hier zu vielleicht in der rechten Hand noch irgendwas zu essen oder so oder vielleicht sitzt ihr auch im Steidersitz irgendwo und äh hab trotzdem was zu essen und ich hier ich muss hier sehen wie ich klarkomme höh sieht auch recht episch aus hier das Problem ist nur hier kann man überhaupt nicht wohnen also sind zwar ein paar Bäume da aber mal ganz ehrlich da will man noch nicht wohnen oder was so während das noch weiter brät glaube ich hole ich mal da drüben die Kohle bloß nicht runterfallen hier geh mal weg da kuharsch so palim palim wow ein Kohle welch ausbeute ich hab eigentlich gehofft dass es hier ein bisschen mehr gibt naja dann eben nicht so Kollege Ofen was los hier du brauchst aber ganz schön lange okay wo kommen die ganzen EP her ich hab doch hier gar nichts gemacht ach ne man kriegt mittlerweile ja genau man kriegt doch auch durch oder nicht ich guck mir das mal aus sicherer Entfernung an glaube ich hier da bin ich aber gespannt jetzt was jetzt passiert ob da überhaupt was passiert